Wie gut haben die drei Punkte gegen Hannover getan? Wenn du in die Tabelle schaust, war das natürlich ein sehr wichtiges Spiel für uns. Im wichtigsten Zeitpunkt haben wir drei Punkte geholt gegen eine Mannschaft, die unser Absichtskandidat ist. Ich habe mich sehr gefreut, weil wir nach einer langen Zeit ein Spiel gewonnen haben und wieder ein gutes Gefühl bekommen haben. Wie sieht das mit dir aus? Man sieht, du arbeitest sehr viel. Macht es dir Spaß? Natürlich, wenn ich ein Tor mache, macht es mir Spaß. Aber momentan bin ich gut drauf. Ich habe alle drei Spiele durchgespielt. Ich habe schon einmal gesagt, dass ich das Vertrauen von den Trainern brauche. Danach kann ich Maschia jeden spielen. Alle anderen kommen von alleine, glaube ich. Trainiert es sich besser mit drei Punkten im Rücken diese Woche? Ich denke, ich habe mit meiner Erfahrung. Ich glaube, ich fühle volle Konzentration auf dem Platz. Und ich weiß, wie schwer es ist. Wir sind noch vorletzte in der Tabelle. Und wir müssen noch viele, viele Spiele gewinnen. Und mit dem Namen der nächsten Spieler zu Hause gegen Stuttgart. Wir müssen unbedingt die drei Punkte holen. Natürlich ist Stuttgart momentan eine sehr gute Form, aber wir auch. Und wir spielen zu Hause. Und mit dieser tolle Atmosphäre, ich glaube, hinter uns können wir das Spiel zu gewinnen. Du hast gerade gesagt, Stuttgart ist ein schwerer Gegner. Wie schätzt du den VfB ein? Ja, Stuttgart haben wir natürlich vom ersten Spiel, wo wir gespielt haben, 0 zu 0 dort. Die Maschia ist viel, viel besser. Sie haben natürlich jetzt viele Spiele gewonnen zuletzt und viele Auswärtsspiele auch. Und für uns ist es ein sehr guter und steckiger Gegner. Wahrscheinlich viel besser als Hannover. Von der anderen Seite natürlich ist es für uns sehr wichtig, eine sehr gute Mannschaft zu gewinnen. Und unsere Motivation ist natürlich klar unsere Situation. Und das muss nochmal wie letzte Woche alles richtig auf dem Platz machen. Und ich glaube, wir haben eine gute Chance. Wie glaubst du, läuft das Spiel am Samstag? Und vielleicht hast du auch einen Tipp? Mein Tipp ist 2 zu 0 am Samstag. Und ich schieße endlich mein erstes Tor. Und vielleicht auch das zweite. Aber mein Ziel ist unbedingt die 3 Punkte zu holen. Und ich bin bereit für den Samstag. Holt euch dieses Limitier lange Trikot nur für 30 Euro. Das ist gut. Und jetzt wäre das nicht gut. Ich bin bereit für den Samstag. Und dann werde ich das nicht sehen. Und dann kommt das nochmal für den Samstag.